Einen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer Video- und zwei LS22 Mod Vorstellung mit OstrandTV. Wir schauen uns weiter das Pack an, das Produktionspack. Heute schauen wir uns in der Produktion, den sehr kleiner an, in der V3. Kostet 10.000 Euro, natürlich wird ein bisschen Bodenbearbeitung, kostet er ein bisschen mehr. Aber gut, der liegt dazu, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und natürlich sind wir wieder frei, diesmal. Und genau. So, ich habe den Klassiker vorbereitet, das sieht man hier, ähm, ja, weil der Zerkleinerer ist ein kleiner dichter Stein, sondern auch ein bisschen mehr. Wir schauen uns mal hier an. Wir drücken R. Zerkleinerer, wir hauen Steine rein, da bekommen wir Kalk raus. Wir hauen Steine rein, da bekommen wir Streusel raus, oder wir bekommen Rüben-Schnitzel, und wir bekommen Zucker-Schnitzel raus, äh, Zucker-Rüben-Schnitzel raus, oder Hackschnitzel, oder Bäume, und wir bekommen Hackschnitzel raus. Genau, ähm, deswegen habe ich das hier vorbereitet. Hier können wir ein bisschen Holz rein. Shit, wenn wir das machen, ja. So, tut mir leid, ich muss ganz kurz den Cut machen. Ähm, ja, ganz einfach, äh, die Fahnen hier hin, die Ecke, drücken wir aufs, äh, I, dann können wir eher Holz wegkauen, Holz ist weg. Gucken wir hier nach. Hat er hier in die Holzbäude so angemacht, 9000 Liter, also hier geht schon einiges rein. Und wir fahren mal kurz hier in die Ecke, ja, auf Seite. Oh, der, da oben, warum ich da so einen Baum schon mal hingeschmissen habe, aufs Spiel, wie ich das vorbereitet hatte, aber gut. So. Dann, schütten wir hier 12.100 Liter Steine rein. Und jetzt machen wir das mal schön John Deere hier. So, ab dafür. Und sehen, wie hier Steine hoch geht. Geht man wohl schon sagen, echt sehr viel rein. Ich weiß nicht, ob wir hier das Maximum erreichen werden. Werden wir dann gleich sehen. So, fangen wir dann auch hier auf Seite. Danach. Dann schütten wir ein bisschen Zucker rüben rein. Und zwar 33.600 Liter insgesamt aus. Oder landet die inzwischen ein bisschen schwer damit. Aber schafft er schon für die Zermeters. Wir können schon mal das hier alles mal aktivieren. Schon mal in der Zwischenzeit, wenn er wieder abkippt. In den nächsten Tagen, äh, sagst du mal in diesem Video, werden natürlich die anderen Produktionen auch von mir vorgestellt. Das ist ja keine Angst, aber es wird alles nach und nach kommen. Und genau. So. Dann. Dann schütten wir hier nochmal aufhinterstausende Steine nochmal rein, weil Steine braucht ja, glaube ich, relativ viel. So. Man sieht natürlich, dass hier oben auch steigt. So. Genau. Hier sieht man schon, er fängt langsam an zu produzieren. Dauert noch ein bisschen. Das ist ein Gespräch jetzt von hier vor. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Laufen. Und ja. Wir gehen jetzt mal hier raus. Und fahren mit unserem Körper hier drunter aus dem Entladerohr. Und wir können da schon mal die Zuckerumschnitzel entnehmen. Und ja. Montag. Schönen Start ins Wochenende. Ach. Wochenende. Genau. Schönen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Bleibt euch schön gesund. Und ciao. оз table. UFOña TV. I'mna apples. Und wir können da. Oh. Oderseiband. Bew待って euch gesund. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.